Wir müssen das Gewehr woanders telefonieren, Klettert und Krieg. Versuch du sie abzuschütteln. Die Pfosten abschütteln, ok. Einfach mal gucken, ob ich hier drauf komme gleich. Oh, danke. Voll freundlich. Ok, wo sind sie? Ja, ihr kleinen hässlichen Kröten, ihr könnt mich doch mal. Lauf! Ok, einer weg. Den anderen haben wir auch gleich down. Oh, ist schon kapott? Ok, ein bisschen verschnauben, wo wollen wir drauf? Vielleicht auf das Gerüst hier, ne? Hm. Dann können wir doch einfach hier drauf. Ok, ja. Oh nein, go weg und go jumpen, baby. Ah, jetzt müssen sie die Pfosten wieder wegkicken, oder was? Aha. Oh. Oh. Sehr nett, wo bin ich denn? Ich bin völlig orientierungslos. Mal zurück hier. Wo kommen denn die Vögelchen her vom Dach? Aha. Ach, die kommen hier hinterher. Aus, die kommen hier nicht in. Hey. Uh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. okay das ohne was das reingeht nicht und da steht einer sehr freundlich ich bin hier oben aber wie komme ich jetzt darauf freundlich jetzt schon wieder alle wo sind sie die kommen hinterher gut okay ich möchte eigentlich daran also spring ich doch bitte hier an die kästchen es hat gerade noch mal geklappt okay das ging auch gerade noch so und wo bin ich jetzt runtergefallen naja gut also noch mal das ganze hier rüber hier rüber danke geht jetzt drauf ne hier hier Geh! Geh! So, hier rauf! Darüber! Ja! Das geht nicht, ne? Nein! Okay! Oh, shit! Da muss ich wohl rüber, oder? Oh, da, oh, da! Hier rüber laufen und dann dabei hinspringen? Geht nicht, ne? Glaube ich. Würde ich ja jetzt mal sagen. Okay. Ich will eigentlich da drüben zur Tür, ne? Dass ich denn da rauf springen? Glaube ich einfach so rüber, oder? Man weiß es nicht. Also, ich probier's mal. So nicht. Okay. 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 Gurguru. Gurguru! 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 Ja, das geht nicht. Gurguru! Ah! Also, ich habe mich im Zaun. Aufs Dach. Und rüber. Okay, hier sind wir. Okay, wir sind rüber, cool. Okay, und nun? Ah, ein Knöpfchen. Es ist oben auf dem Atrium, das du gleich erreichst. Gigi, haut ab, ihr Vögelchen. So, wo wollen wir hin? Das Atrium. Okay, ich muss hier wohl rauf, ne? Na, erstmal gucken. Wild rumjumpen. Bringt natürlich nix. Kann ich hier durch? Will ich gar nicht, oder? Oh, okay. Okay, muss ich jumpen machen? Klammerend. Komm. Hey. Was haben wir vor? Hm, da an die Stange will ich ran, oder? Keine Ahnung. Ob ich überhaupt hier lang will. Will ich das überhaupt? Nö, ich glaube nicht. Hier geht's irgendwie gar nicht so richtig weiter. Geh nochmal runter, aber ich spring nochmal hier gegen. Aber es bringt nix. Also ich geh nochmal raus, vielleicht ist hier gar nicht der richtige Weg. Nee, geh mal runter. Komm, lass mal los. Weil letztendlich will ich da oben rauf, ne? Es geht eigentlich da rüber. Irgendwie da rauf, ne? Ja, das sieht ja immer besser aus. Hier zum Beispiel ran. Ah, es könnte schon hier rum gehen, ne? Was hier ran muss, sowas irgendwie... Moment. Da will ich eigentlich rauf. Und dann einmal rum, das wäre gar nicht so schlecht. Okay, so, wo sind wir denn hier? Äh, ich stehe hier mitten... Ist das schon eigenartig? Nein, nicht runterfallen. So, wenn ich jetzt hier oben bin, will ich eigentlich da rüber, ne? Oder? Hätte ich jetzt so gedacht. Ja, und dann möchte ich da rauf, oder so? Ach komm. Eigentlich ist es ja egal, oder? Will ich da rauf springen? Nein, ich will hier überhaupt gar nicht rumspringen. Äh... Genau, so will ich hier rauf. Okay. So, und wo geht's jetzt lang? Da? Bestimmt nicht. Da? Da ist kein Simpsi oben nicht. Ich will eigentlich da drüben rüber. Also ist schon richtig. Da drüben lang laufen, würde ich jetzt mal sagen. Geht das vielleicht? Wofür könnte die Stange sein? Die Stange könnte dafür sein, dass ich da eigentlich nicht lang laufen kann, sondern da oben ran springen muss. Ähm... Jetzt hätte ich wahrscheinlich in einem Satz durchrennen müssen, oder? Da oben ran muss ich, und das kann ich nur von drüben, okay. Ob das einfach so jetzt geht, mit einmal ran springen, das bezweifle ich mal. Da hätte ich wahrscheinlich den Schwung hier mitnehmen müssen. Probier's trotzdem. Hätte ich den Schwung mitnehmen müssen. Aua, aua. Na gut, ich bin immer noch auf der Zwischenetage hier. Das ist gut. Okay, also... Ja, Idiot. Okay, mit ein bisschen Konzentration könnte das doch gehen. Okay. Okay, jetzt bin ich oben und jetzt muss ich hier wahrscheinlich rauf, oder? Dann rüber, oder was? Hm. Ich bin hier oben drauf. Wo will ich hin? Will ich da runter wieder? Nein. Da oben rauf, klar. Okay. Noch ein Stückchen höher. Gehen tut das zwar, aber wo will ich denn ran? Oh, da rüber. Okay. So, hier ist schön. Ich kann einmal rumlaufen, mache ich auch. So, hier, da kann ich doch da ranjumpen, ne? Kann ich aber da hinten viel einfacher, denke ich mal. Oder? Ja, komm. Das soll durchgehen. Nein, geht nicht so einfach, also doch hier hinten. Oder? Okay, wir sind oben und jetzt... Oh, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich hier freundlichst... Nein. Also, ich muss dann vielleicht da rüber. Dann komm ich ja bitte da hin, also... Bringt mir das jetzt was, wenn ich da rüberspringe. Wir gucken mal. Autschi. Ist ich ja wieder da, wo ich hergekommen bin, oder was? Aber hier komm ich auch nicht so einfach rauf. Och, komm. Eigentlich will ich hier hoch. аков, jetzt. Ach. 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 UNTERTITELUNG Letztendlich muss ich hier hinten wieder rauf, das ist ja nun mal wirklich verletzend Wir sind hier hinten wieder rauf, das ist ja nun mal wirklich verletzend Ich bin hier hinten rauf, das ist ja nun mal ganz schön Ich bin hier hinten rauf, das ist ja nun mal wirklich verletzend Ich bin hier hinten rauf Ich bin hier hinten rauf Wo stehe ich hier? Ist mir gar nichts mehr okay, jetzt verstehe ich es. Okay. Oh! 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 Was ist das? Untertitelung. BR 2018 UNTERTITELUNG 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 Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! 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 Okay, aber das ist ja schon mal was. Ich komme hier rauf, laufe hier weiter und springe hier ab. Okay, so und da drüben muss ich übrigens rüberlaufen. Lauf! Okay, so. Da komme ich jetzt noch nicht ran, aber ich kann ja da mal rauf springen. Und rein theoretisch... ...mit ganz viel Glück. Da kann ich natürlich... ...da rauf kommen. Okay. Mit abstürzen. Ah, cool. Bin ich schon oben? Weil man muss hier echt total präzise jumpen. Okay. Ich bin ganz oben jetzt. Okay, okay. Lass mal gucken, was hier abgeht. Wir müssen ja da oben rauf. Hm, was haben wir denn hier noch so im Portfolio? Nix, ne? Ist er wieder rüber, oder was? Mal gucken. Also hier haben wir ja noch das Gerüst. Das endet hier. Hm, hm, hm. Aha, wovor steht das Ding denn hier rum? Oh, Katze, wie komme ich denn da rauf? Mal gucken. Also da oben ist ja nun mal ein Weg, da muss ich rauf. Auf das Ding hier. Außer dieser crazy Betonmauer gibt's hier ja nix. Sehe ich jetzt mal zumindest so. Das Ding geht hier einfach nur einmal rum. Okay. So, jetzt die große Frage, wie komme ich da rauf? Die erste Frage, wofür stehen diese Brettchen hier? Die mir nicht helfen. Okay, ich vermute, da muss ich aber ein bisschen tüfteln, oder? Und das mache ich dann in der nächsten Session. Also, bis dennne. Ciao.